Haha, Freunde, für dieses Video muss ich mich erstmal hinsetzen, weil es wird schon dunkel. Schaut mal, dort kommt eine Wand gefahren und Odi und ich dürfen die Wand nicht berühren. Odi, bist du bereit? Weil ich kann den Handstand. Ich kann mich hinlegen. Ab. Wow, und bam. Und jetzt kann ich tauchen. Hier ist ein Ball. Wann sind wir denn dran? Ich glaube, jetzt sind wir dran. Team Runden. Wow, wie cool. Welches Team sind wir? Weiß ich nicht. Ich bin dran, Brexia. Okay, wir sind gegeneinander also. Was muss ich denn machen? Hinsetzen? Weiß nicht, du darfst die Wand nicht berühren. Berühr die Wand, berühr die Wand. Ich habe mich hingesetzt. Du hast dich hingelegt. Ach so, stimmt. Aber alle haben es geschafft von uns. Ich glaube, jetzt sind wir dran, oder? Ich glaube, jetzt bist du dran, oder, Brexia? Ja, ich bin dran, ich bin dran. Also, ich habe das erste Level geschafft. Hä? Du musst tauchen. Okay, okay. Tauchen. Das ist machbar. Und jetzt. Ja, ich habe es geschafft. Nur ihr zwei habt das geschafft, Brexia. Ist nicht schlimm. Wir haben es geschafft. Richtig gut, ey. Und jetzt bist du bestimmt wieder dran, oder? Nö, jetzt sind die dran. Schau mal, was die jetzt machen, Brexia. Oh, das ist schwer. Das ist mega schwer. Die müssen durch den Mund und der macht auf und zu. Schaffen die das? Nein. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es alle nicht geschafft. Voll die Blödis. Ich würde das locker schaffen. Ach so, Freunde. Wenn ihr mal zusammen mit Odi und mir Roblox spielen möchtet, dann lasst jetzt innerhalb der nächsten Sekunden ein Like da und auch gerne ein Abo. Das ist kostenlos. Drei, zwei, eins. Abonnieren und liken. Jippie. Solo-Runden. Jetzt müssen wir alleine gewinnen, Odi. Na gut, Brexia. Na warte, ich werde das schaffen. Meinst du, sie schafft das? Ich muss durch das Herz springen. Ich werde das, glaube ich, mit einem Tauchen machen. So. Boah, wie cool. Sie hat es auch so gemacht und sie hat es geschafft. Ich habe ihr geholfen. Na, na, na. Ach du, bitte, Mann. Vielleicht wird das ja meine Freundin werden. Denkst du? Naja, ich habe ihr halt geholfen. Da kommt jetzt was, da kommt jetzt was. Mira, das ist bestimmt meine Freundin. Hä? Wird es dir da machen? Ähm, 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 ähm. Einen Handstand vielleicht? Nein. Es ist einfach springen. Sie hat es auch nicht geschafft. Oh, Mann. Die will ich nicht als Fangirl. Mann, ich will dran kommen. Ich will dran kommen. Ich will. Was sie jetzt machen? Aha. Rot ist sie jetzt. Oh. Sie setzt. Oh, sie kann sich einfach aussuchen, Brexia. Warum kann sie sich das aussuchen? Das ist voll unfair. Ja. Schau mal, hier sind Anzüge. Ich kann Anzug tragen. Ah. Oh, die. Schau mal. Wow. Wie cool. Ich habe das gelbe Team. Du bist im roten Team, du Blödmann. Ich bin dran. Ich bin dran. Bitte was schweres. Bitte was schweres. Nein. Oh, das ist einfach. Du musst nur einen Handstand machen, oder? Nö, ich setze mich einfach hin. Mach einen Handstand. Mach einen Handstand. Ich setze mich einfach hin. Siehst du? Das war ja voll langweilig, du Blödmann. Aber ich habe es geschafft, du Dussel. Hoffentlich bist du dran. Na, warte. Aber zuerst kommt das blaue Team, glaube ich, Brexia. Ja, jetzt kommt das blaue Team. Ich komme erst zum Schluss. Schau mal, schau mal. Ich liebe Bananen. Da ist Brexia die Banane. Schafft er das? Na klar schafft er das. Das ist doch voll einfach. Komm mal mit, komm mal mit. Wohin? Warte. Aua, aua. Hier rüber. Was ist denn hier oben? Abkürzung. Bist du dran? Wohin denn? Ich bin klingelt hier. Wo bist denn du? Ach, hier. Hier gibt es einen Shop. Wie cool. Aua, du hast recht. Man kann sich Mauern also aussuchen. Wie cool ist das denn, Brexia? Hast du dir eine Mauer ausgesucht? Ja, ich habe den Fidget Spinner genommen. Odi, was machst du hier? Mann, ich warte, bis ich dran bin. Ich glaube, du bist nicht dran. Team Gelb. Doch, danach bin ich dran. Sie muss einfach nur... Mann, mach einen Handstand, du Blöde. Nein. Die Leinwand veräppelt dich. Bumm. Handstand. Sie hat es geschafft. Ah, Mann, oh. Jetzt bin ich bestimmt dran, Brexia. Ich, ich, ich. Leute, lasst alle jetzt ein Like da, damit Odi das nicht schafft. Bitte. Ich bin dran. Mein Team muss unbedingt gewinnen. Lass schnell ein Like da los. Ich schaff das nicht. Mann. Du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht. Odi, du musst jetzt springen. Jetzt. Nein, Aue. Mann. Nur wegen deinen Abonnenten habe ich es nicht geschafft. Leute, danke, dass ihr alle geliked habt. Seht ihr, das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Team Runden Brexia. Oh, oh. Komm schon. Oh, jetzt bin ich dran. Und, oh, oh. Schwer. Haha. Ich glaube, ich tauche rüber, oder? Du musst einfach springen, du Blödmann. Nein, ich tauche. Siehst du? Haha. Oh, Mann. Wir haben es alle geschafft. Na, warte, du Blödmann. Und wenn ich dran bin, dann wirst du Sehne. Leute, jetzt lasst alle ein Abo da, damit Odi das nicht schafft. Ich muss das unbedingt gewinnen. Los, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr abonniert habt, dann teilt das Video mit euren besten Freunden auf Snapchat. Oder auf Instagram oder auf WhatsApp. Aber Snapchat ist viel cooler, weil da kann man coole Gesichter machen. So, Odi, ich glaube, jetzt bist du dran. Ich bin dran. Schaffst das nicht. Das ist doch voll einfach. Du schaffst das nicht. Das ist echt schwer. Du musst jetzt. Geschafft. Oh, Mann. Hä, da steht, du hast es nicht geschafft. Du hast das Wasser berührt. Ey, das ist so unfair. Team Rot ist am Gewinnen und du kannst nichts dagegen tun, Odi. Ihr habt gewonnen. Wir haben wirklich gewonnen. Juhu. Und das dank euch, Freunde. Ihr seid die Besten. Hoffentlich sind wir jetzt mal in einem Team, Odi. Solorunden jetzt. Aber wer ist in meinem Team? Keiner. Das sind Solorunden. Bist du doof? Aber trotzdem habe ich das rote Team. Das rote Team hat jetzt Solorunden, du Doofkopf. Oh, Mann. Odi. Komm schon, du schaffst das, Mira. Hä? Mann. Ich kann fliegen, Brexi. Guck mal. Miu. Miu. Haha. Wir sind einfach Superhelden. Du bist dran. Ich schaff das. Ich schaff das. Ach, das ist einfach. Das schaffst du niemals. Das ist super einfach, Odi. Ich muss hier nur springen. Nö, du schaffst das nicht. Sprung. Nein. Nicht geschafft. Mann, du Blödi. Das war wegen dir. Okay, okay, Odi. Das kriegst du zurück. Oh, das ist schwer. Seitlich stehen, oder? Ja. Ich mach damit. Guck mal. Oh, Mann. Das geht gar nicht. Kannst du gar nicht. Die hat das schon gewonnen. Die hat's. Sie ist runtergefallen. Haha. Mann, mein Team hat noch keinen Punkt. Neu Punkte. Ihr seid Noobs. Guck mal, Brexi, was ich kann. Schau mal. Wo bist du denn? Hier drüben. Guck mal. Schau mal. Wo bist du denn? Bist du blind? Ach so, hier. Guck mal jetzt. Und? Arschbombe. Arschbombe. Tauchen. Oh, daneben. Tauchen. Tauchen. Äh, Mann. Wir haben null Punkte. Das ist voll blöd. Guck mal, ich mach auf dir einen Handstand. Odi, geh weg von mir. Nö, ich bleib jetzt hier. Warte mal, was ist denn hier? Hier ist ein Übungsraum. Ach, der ist noch nicht öffentlich. Wann bin ich denn jetzt dran? Weiß ich doch nicht, Odi. Immer noch Team Blau. Aber Team Blau führt gerade Brex hier. Hm, mit 20 Punkten. Das ist echt schwierig nachzuholen. Hier hat's geschafft. Jetzt haben die schon 30 Punkte, Freunde. Schaut mal. Und Team Rot hat null. Oh, Mann. Jetzt bist du dran, Odi, gleich. Immer noch Team Blau. Wie viel sind die denn? Keine Ahnung. Oh, der verliert, der verliert, der verliert, der verliert. Verloren. Jetzt kommt Team Gelb, oder? Ob schon. Ich bin dran, Brex hier. Leute, vergesst nicht. Liken, liken. Oh, Fidget Spinner. Das ist voll schwer. Du schaffst das niemals, Odi. Niemals schaffst du das. Oh, Mann. Das ist viel zu schwer. Ist nicht schlimm, Odi. Wir beide haben null Punkte. Bitte, bitte schafft sie das auch nicht. Bitte, bitte schafft sie das auch nicht. Doch, das schafft sie. Oh, das ist einfach. Du musst einfach nur klettern. Das ist ja voll einfach. Hä? Hä? Die hat's geschafft. Sie hat's geschafft. Ja. Mann, ihr habt schon 10 Punkte. Das ist echt blöd. Ihr seid die Letzten. Wir müssen das unbedingt gewinnen, Freunde. Schickt mal bitte alle ein gelbes Herz unten in die Kommentare. Das wäre mega cool. Okay, Teamrunden, Teamrunden. Okay, das ist einfach. Mega schwer. Nein, das ist einfach. Wir müssen noch rechtzeitig tauchen, Odi. Und zwar genau jetzt. Siehst du, geschafft. Na, einer hat's nicht geschafft. Ja, wir haben schon mal 30 Punkte. Das ist sehr gut. Na, warte. Jetzt kommt, glaube ich, Team Blau dran und dann ihr. Genau. Ich hoffe, du schaffst das nicht, Odi. Ich schaffe das, die Luft. Das ist so einfach. Die haben's ja voll lang. Die müssen sich einfach nur hinlegen. Da, der eine schafft das nicht. Nein. Einer hat's echt nicht geschafft. Der war nicht in seinem Team, du Dussel. Aber die haben 50 Punkte. Jetzt bist du dran. Bitte, bitte, bitte schaff dir nur 20 Punkte. Ich bleib leben. Bitte schaff dir nur 20 Punkte. Du darfst das nicht gewinnen. Ich schlaf jetzt eine Runde, Braxy. Okay, ich schaff's jetzt. Und... Ja, 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 ja. Es geht gleich, dann. Ja. Das ist unfair. Oh, das war mega cool, Leute. Es geht gleich, dann. Unentschieden, du Doofkopf. Na gut. Na ja. Hä? Odi. Hä? Wir haben total vergessen. Wir müssen jetzt zum Abenteuer. Abenteuer? Genau. Oh, Braxy. Oh, lass, 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 lass. Oh, wir kommen sonst zu spät. Hier schnell zum Auskacken. Oh, Mann, komm schon. Leute, bleibt unbedingt jetzt dran. Denn jetzt wird's richtig spannend. Oh, los geht's, Odi. Wir kommen zu spät. Odi, wie siehst du denn aus? Oh, Gott, Mann, ich hab gar keine Knochen. Oh, 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 oh. Wir sind richtig dünn, Odi, und wir müssen so groß und stark werden wie der da drüben. Schau mal. Oh, der ist ja mega stark. Der ist mega stark, der kommt auf uns zu Lauf. Oh, wir müssen trainieren, Braxy. Hol deine Handel raus. Eins. Zwei. Oh, elf Stärke bekommt Braxy. Nur elf? Ich hab jetzt schon 19. Ey, der schlägt mich. Aua, Aua, mich auch. Blödmann, komm her. Lass Odi in Ruhe, du Blödmann. Aua. Ich hab ihn geschlagen, Odi, für dich. Wir haben ein Geschenk bereit. Nimm das, dann werden wir immer stärker. Ich lieg irgendwie auf dem Boden. Wir haben ein Geschenk bereit. Okay, ich mach es auf. Was hab ich hier für ein Geschenk bekommen? Beanspruchen. 25 Stärke. Geschwindigkeit mal 10. Ehrlich? Aha. Das ist ja mega cool. Okay. Wo bist du? Ach, da hinten, Braxy. Komm schon. Wir müssen hier Handeln heben. Äh, wollen wir das hier machen? Können wir hier das auch heben? Ich glaub, das ist noch zu schwer, oder? Dafür brauchen wir 1,5 Stärke. Gibt's nicht kleinere für uns? Äh, hier ist ein kleines. Aber da brauchen wir 1.000 Stärke. Odi, komm her zu mir. Wo bist du denn? Auf der Handelbank, auf der Handelbank. Boah, geht die? Boah, hier geht's auch. Bank drücken. Los geht's. Sehr schön, Odi. Ich hab schon 113. Ich werd immer stärker. Auch schon richtig viel Bricks hier. Wie viel hast du denn? 180. 180? Wie cool. Ich hab hier was freigeschalten. Was denn? 500 Edelsteine, Odi. Oh, damit kannst du dir bestimmt ein Pet kaufen. Schau mal da hinten. Mhm. Oh, nee, das sind nur 100. Nicht schlimm. Ich kaufe mir gleich ein Pet, Odi. So cool. Ich will auch. Ich hab schon 224. Und gleich können wir uns verprügeln, Odi. Haha, ich prügel dich. Ich prügel dich. Windelweich. Und 1 und 2 und 3. Gleich beginnt eine Schlägerei. Wollen wir da teilnehmen? Los, ich bin drin. Ja, ich bin auch drin. Odi, schau mal, wie breit ich bin. Machst du da? Du trainierst noch heimlich, du Blödmann. Ja, na klar. Aber ich krieg nur 11. Wie viel kriegst du? Ich bekomm auch nur 11. Wirklich? Ja. Ich komm dich jetzt schlagen. Geh weg. Schlägerei im Gange. Hä? Ich hab gewonnen. Wieso das denn? Schlägerei im Gange. Nein, ich bin jetzt auch da. Komm her. Komm her, du Blödmann. Ich schlag dich windelweich. Haha, du hast keine Chance. Wenn wir ja sehen. Boom. Aua. Ja, ich hab gewonnen. Ich hab 740 bekommen. Boah, was? Lass uns mal Eier holen. Ich bin grad zum Ei. Hier drüben gibt's eins. Kommst du mit? Ich komm natürlich mit. Boah, ich bin so gespannt, was wir bekommen werden, Odi. Das kostet 500. Ich kann's kaufen. Soll ich's kaufen? Na klar. Ich kann's noch nicht kaufen. Okay. Und ich bekomm... Wow, einen seltenen. Wirklich? Den Ureinwohner. Oh, wie cool. Er hat ne Tiki-Maske. Ich mach... Ich geh jetzt aufs Laufband, damit ich schneller rennen kann als du. Nein, ich geh aufs Laufband, weil ich... Äh... Ich bin... Ich bin... Äh... Stärker. Hm, kann nicht sein. Doch, kann sein. Ich werd jetzt richtig trainieren, Odi. Ob du willst oder nicht. Ach so, ich bin jetzt auf dem Laufband. Und los geht's. Ha. Ich will auch. Komm schon. Ich will meine Geschwindigkeit erhöhen, Odi. Ich muss schneller werden, Briggs, hier. Ich muss schneller werden als du. Geschenk. Ich hab plus 10 Geschwindigkeit bekommen. Schau mal, wie schnell ich schon bin. Wieso kriegst du Schnelligkeit? Weil ich schon stärker bin. Ich hab nur eine Geschwindigkeit bekommen. Oh, du kannst ein Geschenk freischalten. Hm? Vielleicht hast du auch Geschwindigkeit bekommen. Äh, Geschenk beanspruchen. 50 Diamanten. Oh, war cool. Aber ich muss schneller sein. Ich muss schneller als Odi werden. Du... Du schwitzt ja schon. Haha. Das ist gar nix für mich. Das ist für mich nichts, du blöd, Mann. Komm schon. So. Wie schnell bist du? Ich kann nicht rennen. Ähm, 17 Geschwindigkeit. 18. 18. Wo siehst du das denn? Ah, ich hab 17. Ha. Unter deinem Namen, du blöd, Mann. Ich bin jetzt 18 schneller als du. Ich bin 19. Ich bin schon viel schneller als du. 20. Ach. Ich lauf automatisch. Pech. Ah, komm schon. Auch. Komm schon. Ich bin schneller als du. Ich bin viel schneller als du. Willst du mir eine Handelsanfrage senden? Was willst du mir denn geben? Gar nix. Ah, du Blödsinn. Okay, Udi, lass uns doch mal noch stärker werden. Komm. Ja, wir müssen stärker werden, Brexi. Komm schon. Ich glaube, ich kann hier schon drauf, oder? Ja. Ich kann hier schon drauf. Ich kann hier schon drauf. Eins. Und zwei. Und drei. Ich werde stärker als du sein, Udi. Du hast ein Pad. Das ist voll unfair. Ich kriege aber nur 13. Und du? Ich bekomme 12,1. Dein Pad ist wie zu stark. Nein, ist es nicht, Udi. Mein Pad ist nicht zu stark. Ich bin zu stark. Ich muss wachsen. Ich bin stärker geworden. Schau mal. Oh, ich werde auch immer stärker, Brexi. Richtig gut. Richtig gut. Wie viel? Warte mal. Mal gucken, wie viel wir brauchen, um das hier... Ich kann das schon. Wie viel? Oh, ich guck mal. Ich kann auch. Ich geh hier drauf. Ich krieg 14. Ich bekomm 13,8. Wieso kriegst du so viel, obwohl ich ein Pad hab? Weil dein Pad... Hä? Du bekommst doch mehr als ich. Ja, du kriegst 13, ich krieg 14. Das ist manchmal unterschiedlich, du Blödmane. Oh, ich bin schon richtig stark, Udi. Ich hab gleich 1.000. Oh, ich hab auch gleich 1.000. Ich bin bei 750. Das dauert noch. 750? Wieso hab ich nur 739? Weiß ich nicht. Du bist ein Noob. Oh, du Blödmann. Leute, wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Lasst alle jetzt innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Like und ein Abo da. Damit ich stärker werde als Udi. Kommt schon. 3, 2, 1. Liken, Liken. Kommt schon, Leute. Liked, damit ich stärker werde. Ihr habt geliked. Ihr seid die Besten. Ich krieg jetzt 26 Stärke, Udi. Die nächste Schlägerei. Wollen wir die mitmachen? Na klar. Ich bin jetzt der Panzer. Der Panzer? Ich kann jetzt Liegestütze machen, Briggs, hier. Ich auch. 1 und 2 und 3. Den hau ich jetzt dumm und dämlich, Udi. Du Blödmann. Guck mal, wie klein der ist. Wir werden dich zerstampfen. Haha. Hä? Er trainiert? Er kommt auch gleich rein. Ich bin drin. Wie das denn? Schlägerei. Hä? Er hat einen Blitz auf mich gemacht. Ich bin gestorben. Hä? Das ist voll unfair. Das ist richtig unfair. Ich kaufe mir jetzt noch ein Ei. Oh. Der ist richtig stark. Er hat einfach einen Blitz gemacht. Wie hat er das gemacht, der Doofkopf? Ich habe es gesehen. Das ist voll unfair. Oh. Ich pügel mich hier gerade, Briggs. Oh. Ich habe jemanden gekillt. Du bist der Beste. Leute. Wir holen uns jetzt noch ein Ei. Ich kann mir zwei Eier holen. Und was bekomme ich? Oh. Komm schon. Wow. Und Piraten habe ich bekommen. Wirklich? Mann. Ich habe noch kein einziges. Okay. Jetzt noch einmal. Komm schon. Und was bekomme ich? Oh. Einen seltenen Ohreinwohner. Das heißt, ich habe zwei jetzt, Odi. Na, warte. Ich hole mir jetzt auch einen. Dann hol dir doch einen, du Blödmann. Wie stark muss man denn hier dafür sein? Und in die Hocke. Komm schon. Eins. Und zwei. Und drei. Sehr schön. Ich pügel mich hier gerade. Pügelst du dich? Ja. Boom. Erledigt, Briggs, hier. Hast du gewonnen? Na, klar habe ich gewonnen. Sehr gut, Odi. Sehr gut. Ich werde immer stärker und stärker, Odi. Ich hole mir jetzt ein Ei. Und dann werde ich auch immer stärker. Wie viel hast du Stärke? 1006. 1006? Wirklich? Cool. Wie viel hast du? Ich habe 1015. Boah. Du bist viel stärker geworden. Nur weil die geliked haben. Das ist mega cool. Leute, lasst uns das mal nochmal probieren. Schickt alle jetzt ein gelbes Herz innerhalb der nächsten drei Sekunden, damit ich stärker werde. Unten in die Kommentare. Und Schwiegerei. Eins. Zwei. Drei. Los. Allein Herz in die Kommentare. Und ich werde stärker. Boah. Wie cool. Ich kriege 28, Odi. Und ich benutze jetzt das andere. Dann bin ich noch viel stärker. Das ist ja voll cool. Das ist mega cool. So, ich benutze jetzt das hier. Und eins. Und zwei. Ich bin, glaube ich, gleich der Stärkste hier, Odi. Wirklich? Mhm. Werd gleich richtig stark. Und dann kann keiner was machen, Odi. Das glaube ich dir. Aber ich hole mir jetzt noch ein Ei. Wie viele Eier kannst du dir holen? Eins nur noch. Dann habe ich zwei. Wirklich? Ist ja gut. Ist doch gut. Und hoch mit mir. Ich schaffe das. Aufmachen. Wie kann man sich eigentlich diese Fähigkeiten holen? Warte mal. Ich habe keine Ahnung. Ich kann einmal das Drehrad drehen. Wirklich? Mhm. Drehen. Und was bekomme ich? Ich auch. Drehen, 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 drehen. Ich bekomme ein Energieshake, Odi. Ich habe einen Energiebar bekommen. Ich trinke jetzt meinen Energieshake. Warte mal. Ich auch meinen Energiebar. Richtig viel Geschwindigkeit habe ich bekommen. Ich auch. Wie cool. So. Wir müssen mal was anderes probieren. Ich probiere das. Nee, jetzt. Was trainierst du denn, Odi? Bank drücken. Siehst du mich nicht? Ich sehe dich, wie du da stehst. Ich komme jetzt zu dir. Du blöd, Mann. Ist das das Schwächste? Nein, das ist nicht das Schwächste. Ich gehe hier drüben. Ich habe 1.053, Odi. 1.053? Ich habe 1.023. Hm, nicht so schlimm. Ist auch so stark wie ich werden. Ah, Leute, schaut mal, wie breit ich schon geworden bin. Ich bin auch schon ein richtiges Tier. Schlägerei. Lass uns bei der Schlägerei mitmachen. Komm. Na, komm. Oh Mann, da ist die Unfäre schon wieder. Echt gemein, Odi. Geht es schon los? Gleich. Okay, wir müssen zusammenhalten, Odi. Na gut, Brexia. Warum trainierst du noch heimlich, du Blödmann? Haha, damit ich stärker werde. Ich werde auch stärker. So. Gibt es gleich ein 1 gegen 1? Hm, alle gegen alle. Aber warum geht es denn noch nicht los? Werden nach und nach reingeteleportiert. Ah, wie cool. Und sie tötet alle. Sie ist Meister. Woher hat sie denn diese blöde Fähigkeit? Ah, ich bin da, Odi. Ich muss mich mit ihm schlagen. Ich komme auch jetzt gleich, Brexia. Die ist viel zu stark. Ich bin letzter. Äh, Mann, sie ist viel zu stark. Und viel zu schnell. Mann, die ist voll blöd. Die hat so komische... Das ist richtig gemein von ihr. Das ist richtig gemein. Wir müssen viel stärker werden als ihr. Und wie machen wir das Ganze, du Genie? Trainieren, du Blödmann. Was denn sonst? Sie hat eine Fähigkeit, die wir nicht haben. Und wir nicht wissen, woher wir sie bekommen. Wir müssen erst mal stark werden. Ich glaube, das bekommt halt ein Meister einfach so. Wirklich? Machst du Klimmzüge da hinten? Mhm. Wow, richtig cool. Danke. Was machst du eigentlich? Hinter dir. Ich mache so... Heben. Wie cool. Wie viel Stärke kriegst du? Ähm, 19, ne. 19 und 18, 16. Das ist mal unterschiedlich immer. Wieso kriege ich genauso viel wie du, obwohl ich mehr Pets habe? Nein, wir haben beide gleich viel, oder? Ich habe drei Pets und zwei seltene. Ich habe zwei und nur ein seltener. Das ist unfair. Ich komme mal zu dir. Ich kann ein Geschenk beanspruchen, Odi. Wow, holst du dir. Beanspruch. Ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Egal. Hier rüber, weil ich stärker als du bin. 4K braucht man dafür. Das ist doch viel zu viel. 2K? Ich habe gleich 2K. Haha. Wirklich? Wie viel hast du denn? 1.905. Ich habe 1.000. Ich habe 2.000. Tschüss, Odi. Du Blödmann. Na warte. Ich habe auch gleich... Ich gehe nicht zur Schlägerei. Ich habe jetzt auch 2.000. 1 und 2 und 3. Schlägst du dich mit dem? Ja. Schaffst du das? Bum. Haha. Du hast ihn geschlagen, Odi. Haha. Yippie. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich dich ja... Schlagen. Ich trainiere gerade... Hör auf! Das ist meins hier. Geh weg. Ich habe dich geschlagen, Odi. Warte. Das gibt Drache, du Doofkopf. Erschwinde. Ich hau dich, Odi. Rache. Nein, du Blödmann. Lass mich trainieren. Okay, Odi. Wenn du Krieg willst, bekommst du Krieg. Du läufst voll falsch, du Doofkopf. Ich gehe das jetzt hier entsperren. Was kann man denn da? Weiß ich nicht. Vielleicht kriegt man ja hier mehr. Und... Ich habe es entsperrt. Wirklich? Ja, wie cool ist das denn? Ich komme auch. Ah. Wow. Ich bin der Stärkste hier, Odi. Wirklich? Das ist ja mega cool. Mann, ich komme von meiner Hand nicht mehr weg. Muss einfach gehen, Odi. Es geht nicht. Du bist ein Puzzle. Jetzt geht's. Ich komme jetzt. Komm schon, beeil dich. Auto heben an. Ich komme. Du drin? Boah, siehst du den ganz großen? Der ist mega groß. Der schlägt alle. Boah, der hat mich vernichtet. Boah, mit einem Schlag, Odi. Das ist voll unfair. Findest du? Na klar ist das unfair, du Blödmann. Warte mal. Was denn? Das sind Quests, die wir machen hätten müssen. Wirklich? Wo denn? Ja. Ich drehe erst mal am Rad. Was bekomme ich? Komm schon. Bitte, 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 bitte was cooles. Rutein-Check. Okay. Bilder von mir. Lass mich in Ruhe, du Blödmann. Wo sind die Quests? Da hinten, da steht doch ganz groß Quest drauf. Oh, du hast recht. Ich habe jetzt 3000. Der hat mich geschlagen, der Blödmann. Der will mich auch schlagen. Dann machen wir mal die Quests hier. Oh, du bist schon Held. Schau mal. Belohnung verfügbar. Wirklich? Kriegen wir jetzt eine Belohnung hier? Wow, 500 Diamanten. Wie cool. Ich habe schon 740. Nicht in der Schläge. Halt hier 100. Guck mal, wir hätten das schon anfangs anmachen müssen. Wie denn? Links oben steht doch die Quest. Echt? 28. John, ich schaffe das. Ich schaffe das. Ist, glaube ich, vor mir fertig, oder? Ja, ich habe vor dir angefangen. Okay, ich bin fertig. Oh Mann, ich noch nicht. Ich kann es in Anspruch nehmen. Ich kriege ein Ei. Und? Wow. Ich habe eine Kirsche bekommen. Super selten, Udi. Ehrlich? Oh Mann, ich habe einen Piraten bekommen. Ich gehe wieder eine Quest abholen. Ich habe auch eine Quest. 500. Okay, das ist kein Problem für mich. Ich bin viel zu langsam. Komm, dass du zurück bist. Ich muss 500 machen. Das schaffe ich, Udi. John. Na los, na los, na los. Eins und zwei und drei. Boah, ich bin so stark geworden, Udi. Ich werde auch noch stark. Du bist viel größer als ich. Ich habe 3051 bekommen. Boah, ich habe nur 2440. So, ich glaube wegen der Kirsche, die ich bekommen habe. Kann sein. Ich muss jetzt 500 schaffen. Komm schon. Ah, dann Geschenk freischalten. Mhm. Findest du schon? Ja, eine Drehung. Oh, dann mach das auf jeden Fall, Udi. Ich kriege jetzt mein Starter-Pack. Ehrlich? Mhm, ich glaube du auch, oder? Oh, Energie-Shake. So, was können wir uns hier abholen? Nichts. Wo ist denn eigentlich das Starter-Pack, Udi? Die Gegenstände. Weiß ich nicht. Da oben. Haustiere und... Oh, Udi. Gib mal 25. Ich kann einen K.O.-Burst kaufen wie sie. Das kostet 1000 Diamanten. Wirklich? Mhm. Ich kaufe das gleich. Dann machen wir die Schlägerei. Fang. Ich habe nur 288 gerade, Udi. Willst du? Mann, ey. Kraft? Nee, wie viel musst du noch machen? Achso, ich habe schon 386. 419. Ich bin gleich fertig. Das ist aber nicht fair. Und... Fertig. Okay, dann nimm. Was kriegst du? 150 Diamanten. Haha. Und ich gleich auch. Warte. Neue Quest. Was müssen wir machen? Erhalte 5 Kills. Okay. Anspruch nehmen. Ich kill jetzt die Leute hier. Okay. Ich will auch eine Quest haben. Dann können wir uns gegenseitig umbringen, du Doofkopf. Na komm schon, du Doofkopf. Okay, dann los. Komm, wenn du kämpfen willst, komm. Schaffst es nicht gegen mich, Udi? Du bist viel zu stark. Hau ich die hier. Und den auch. Ich habe schon drei Kills, Udi. Keiner kommt mir entgegen. Ich hau die zwei hier. Gönn mir. Jetzt bist du dran, Udi. Mann, ich habe keinen einzigen wegen dir. Du hast sie mir alle geklaut. Ich habe sie alle geklaut, du Doofkopf. Komm her, wenn du dich schlagen willst. Geh weg. Ich habe dich gekillt, du Blödmann. Das hat weh getan. Aber ich bin fertig. So, ich habe Anspruch. Oh. Okay. Boah, ich habe tausend. Jetzt kann ich das kaufen, Udi. Wirklich? Ich kaufe es jetzt. Oh, cool. Bam. Ich habe es gekauft. Kann ich das jetzt einsetzen? Weiß ich nicht. Ausrüsten. Ich glaube, automatisch, oder? Ich habe es ausgerüstet, Udi. Sehr gut, Rex, hier. Neke ich das jetzt? Ja, ich habe es ausgerüstet. Schlag euch alle. Kommt her. Pflegerei beginnt gleich, Udi. Oh Mann, ich habe verloren. Wie kann man das denn haben? Ich habe es ausgerüstet. Aber ich kann es nicht auswählen. Hm, es ist ausgerüstet. Aber wie benutze ich das, Udi? Weißt du das? Hm, das ist voll komisch. Egal, wir machen gleich bei der Schlägerei mit. Willst du dich mit mir schlagen? Nein, ich brauche doch einen, Kiel. Lass mich. Okay, dann töte ihn ruhig. Wir müssen... Oh Mann, du haust mich. Du haust mich! Nein, ich lasse dich in Ruhe. Ich hole mir eine neue Quest. Aber, Rexi, wir sind viel zu langsam. Wir müssen auch wieder aufs Laufband. Wir müssen geschlagen werden, Udi. Oh, ich habe Angst. Ich habe ihn getötet. Ey. Ach, das war mein Burstschlag. Wie cool. War das deiner? Mhm. Das sieht voll cool aus. Er hat jetzt 200 Geschwindigkeit, Rexi. 200 Geschwindigkeit? Ja, ich gehe jetzt zum Laufband und dann werde ich der Beste. Warte, ich muss mit dir mitkommen, du Dussel. Na, warte. Ich will gleich beim Kampf mitmachen. Bist du dabei? Nein, ich will schneller werden. Er schlägt dich, Udi, hinter dir. Schlag ihn zurück, dann hauen wir ihn. Okay. Aua. Keiner schlägt, Udi. Wow, du hast voll den coolen Effekt gemacht. Weiß, Udi. Bin ich gerade eigentlich? Weiß ich nicht. Ich kann hier laufen. Was will der von mir? Lass mich in Ruhe. Der ist voll blöd. Hau ihn, Udi, hau ihn. Du schaffst es. Ich hau ihn für dich, Rexi. Bam. Sehr gut, Udi, sehr gut. Hier, draufschlagen. Die will auch Ärger, glaube ich. Ich laufe schon, Rexi. Du musst laufen. Ich weiß aber nicht, ob ich auf dem Laufband bin. Ich bin so groß. Ich bin so groß. Automatisch laufen kannst du machen. Warte, ich komme zu dir, Udi. Wie viel hast du schon erreicht? Gerade mal 10, 15. Okay, warte, ich muss hier jetzt erst mal... Alle gesperrt bei mir. Warum? Kann doch gar nicht sein, oder? Also, der hier nicht, aber... Dann musst du automatisches Laufen machen. Ich laufe. Wie das aussieht. Naja, Leute. Ich würde sagen, das war es erst mal mit dem Video. Udi und ich trainieren, Joch. Und wenn du mal zusammen mit uns trainieren möchtest, dann lass jetzt ein Like und ein Abo da. Und check meinen besten Freund Udi. Ihr habt, der macht auch coole Roblox-Videos. Den findest du unten in der Videobeschreibung. Tschüss. Udi, die sind richtig stark. Prexie, abonniert. Prexie, bitte. Prexie, abonniert. Prexie, bitte. Prexie, abonniert. Prexie, bitte. Ja.